Hallo, hier seht ihr einmal eine Glühlampe und eine Energiesparlampe. Bei beiden Lampen wird durch die Rädchen angezeigt, dass sie Strom verbrauchen. Jetzt sind die Lampen aber aus, was also sehr interessant ist daran, da man nicht weiß, ob sie jetzt wirklich Strom verbrauchen oder ob dieser Vergleich gefakt ist.